Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Danko Poppy. Wir spielen Minecraft Cuboid Outpost hier auf meinem kleinen aber feinen Kanal. So, wir haben letzte Folge mehr oder weniger das Chapter 2 oder 1.2 fertig gemacht. Mir ist nur aufgefallen, es fehlt noch ein Haken, was ich gefunden hatte. Das war The Taste of Iceland. Habe ich natürlich als kleinen Fauxpas in der letzten Folge vergessen. Wir haben ja schon getrocknet und jetzt sind wir quasi completed. Chapter completed und dann passt das eigentlich schon. Okay, wir machen weiter mit Kapitel 1.3 tatsächlich. Getting creative oder tinkering with an existing tool. Wir könnten natürlich, wenn du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal. Das ist kostenlos. Du verpasst keinerlei Folgen mehr und hast dadurch einige Vorteile gegenüber Nichtabonnenten. Zum Beispiel, dass du immer eine Erinnerung bekommst, wenn ich eine neue Folge hochgeladen habe. Wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann drück doch bitte mal den Daumen nach oben. Denn dann werde ich bei YouTube besser gerankt und habe dann vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer und wir können immer noch ein bisschen besser interagieren. Das ist ganz toll. Würde mich mega freuen, wenn du das einfach mal machen würdest. Dankeschön. Eiskalt ein Stone Head machen. Was machen wir auf, wir machen mit Tinkers weiter. Ganz einfache Geschichte. Wir machen mit Tinkers weiter. Wir holen das jetzt mal so ganz banal, so einen Klappspaten raus. Den wir auch mal so ganz locker fruchtig Stein benennen. Wobei wir können auch noch mal diese paar Dinger klopfen. Können wir auch machen. Warte mal. Wir klopfen die einfach mal durch. Bevor ich mir jetzt ein ganzes Deck rausnehme und daher habe ich es dann über und brauche es nicht. Ich glaube vier Stück. Hey, danke. Ich glaube vier Stück mehr brauchten wir nicht. Und dann können wir nämlich hier aus dem Schablone einfach sagen, wir machen ein Axe Head. So. Und dann haben wir hier unsere Axt. Und wenn wir die jetzt hier reinlegen, die Axt, dann können wir den nämlich aufpümpeln und haben hier auf einmal ein Stone Hand Axe. So ist es halt normal als Holz. Und jetzt haben wir hier einen Holzgriff mit einer Stein, ja wie nennt man das? Axt? Hacke? Spitze? I don't know. Also mit einem Stein, Axt, Kopf. Oder so. Muss ich mal so ganz vorsichtig anbemerken. So, pass auf. Dann können wir nämlich hier schon einmal die alten Kaktussen bearbeiten, beziehungsweise ernten. Die Kaktusse. Und dann haben wir die nämlich auch schon mal abgefrüscht. Au. Oh. Hä, was habe ich denn dir getan? Bist du böse zu mir? So. Ähm. Daraus könnte man nämlich jetzt mal so locker fruchtig... Wie hoch wächst das? Wächst das bis ins Unendliche? Oder ist das irgendwann auch vorbei? Weiß das einer? Wie hoch die wachsen? Weil Bambus würde ich ja glaube ich erstmal noch auswachsen lassen. Vielleicht wird es ja noch schön. Keine Ahnung. So. Und wir gehen... Wollen wir das mal essen? Wie viel... Dreieinhalb Hungerkolm? Wie viel... Ja, ein bisschen haben wir noch. Pass mal auf. Dann wollen wir das mal nicht gleich verschwenden, sondern erstmal abwarten. So, pass auf. Dann haben wir nämlich den Axtkopf. Das können wir einmal anhaken. I have made an axe with a stone axe head. Habe ich gemacht. Ich habe es abgegradet. Das passt schon. Und dann können wir nämlich hier noch einen Iron Small Blade machen. Wo kriegen wir eigentlich Eisen her? Eisen. Foundry. Es gibt tatsächlich... Molten Iron. Melting. Ja, ist ja schön. Aber wo kriege ich das Eisen denn her? Iron Coin. Iron Dust. Iron Ingot. Es muss doch irgendwo... Iron Ore. Iron Chunk. Das ist wichtig. Wo kriegen wir Iron Chunk her? Woraus können wir... Dein Ernst? Es geht erst wirklich mit einem Diamant Mesh. Emerald und Netherite. Und wir können Gravel erst mit einem Diamant Mesh zu Eisen machen. Wir brauchen Diamant. Woher kriegen wir Diamanten? Jetzt die große Frage. Sieben können wir es nur im Diamant Mesh. Iron Mesh. Was haben wir hier noch? Emerald Mesh. Netherite. Diamant. Iron Mesh. Das bleibt so. Heavy Thief. Okay, wo kriegen wir jetzt quasi die Diamanten her? Hallo? Wo gibt es denn Diamanten her? Warte mal. Geht das hier noch weiter? Eins von drei. Ah, guck mal. Iron Mesh. Iron Mesh. Es muss doch irgendwo auch Eisen noch anders geben. Meine persönliche Meinung. Also, weil Diamant ist ja hochwertiger als Eisen im Endeffekt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Iron Mesh. So, wo kriegen wir Eisen her? Wir müssen erst mal gucken. Prinz Eisenherz. Wo kriegen wir dich denn her? Weil du bist da bestimmt hier so ein Iron Orchunk. Wo gibt es denn Eisen her? Ihn alten Namen. Es muss doch irgendwo ganz banal Eisen geben. Aber da kommen wir bestimmt noch hin. Da werden wir bestimmt noch durchgeführt. Antiprotonic Nucleosis und wie auch immer. Aber das ist wahrscheinlich so ein Gerät, was so Unmengen an Materialien kostet. Energize the Smelter. Also ich bin mir sicher, das hat irgendwas mit diesen Chunks zu tun. Iron Or Pieces. Und das kannst du ja im Endeffekt nur sieben. Und das Problem ist natürlich, dass du das halt hier nur aus diesen, 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 diesen sieben kannst. Er ist ein bisschen blöd gemacht irgendwo, ne? Oder? Ach man, keine Ahnung. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir an... Oh. Noch was? Lol. Da hat das gar nicht reinpasst. Ja, dann halt nicht. Ja, dann nicht, Mann. Hier ist nur Granite, blablabla, blablabla, Blackstone. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo es sowas gibt und wie wir an sowas reinkommen. Aber kommen wir bestimmt noch im Laufe des Questbuchs durch. Sollte, glaube ich, ganz gut sein. Getting creative. Getting creative. Oder? Getting creative. Ich denke, sollten wir von oben nach unten durchgauen, ne? Ich glaube, das sollten wir tun. Wobei, warte mal, wir könnten jetzt, ich bin jetzt mal ernsthaft so am überlegen, wir könnten ja jetzt eigentlich, wir haben Erde, wir haben Sand, wir haben Stein. Warte mal, wenn ich jetzt sage, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich jetzt sage, wir machen uns hier mal so ganz banal eine Singularität aus Gravel. Sag ich jetzt mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Guck mal, wir haben hier sogar Gravel. Brauche ich gar nicht zu klopfen. Gravel, Gravel. Guck mal, haben wir sogar. Nicer, dicer. Dann haben wir nämlich eine Gravel-Singularität. Womit ich gut umgehen kann, tatsächlich. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich um. Ist tatsächlich so, kann ich mit umgehen. Also dann brauchen wir noch ein euren Crafting-Table und dann können wir, also können wir nicht. 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt können wir, jetzt aber. Task completed. Block of that'll do. Habe ich doch eigentlich gemacht. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich den gemacht habe. Sondern können wir Gravel nämlich auch schon rausnehmen. Und wir können noch mal eine große Chest machen, bitte. Und wir können, haben wir noch einen kleinen, einen kleinen, haben wir noch einen kleinen. Hallo. Da haben wir noch einen Offen. Haben wir hier noch? Ne, haben wir nicht. Haben wir tatsächlich nicht. Okay, ähm, dann würde ich tatsächlich, that'll do, we could do, could be better. Komm her, could be better. Da können wir uns nämlich hier nochmal einen draus machen. Und haben dann auf dem Fall nochmal einen. Trichter. Hallo Trichter. Willkommen in deiner neuen Welt, Trichter. Dann brauchen wir es doch gar nicht zu klopfen. Das finde ich auch in Ordnung. Dann können wir nämlich hier nochmal einen, plopp, neuen Generator aufstellen, der im Endeffekt nichts anderes produced, dankeschön, als, so, äh, Gravel. So, dann können wir nämlich hier nochmal schauen. Cobblestone, Gravel. Sehr schön. Dann haben wir dich nämlich auch schon soweit fertig. Hier ist Cobblestone. Wir sind noch nicht ganz durch, ne? Aber egal, dann haben wir einen Compressed Cobblestone weggeschmissen. Brauchen wir eh nicht. Passt schon. Kann ich mit, kann ich mit leben. Wir haben es ja, komm, was kostet die Welt? Schaut drauf. Was brauchen wir noch? Wir brauchen im Endeffekt noch Dust, oder? Weil das würde ich, glaube ich, schon alles fertig machen. Bin ich jetzt mal am Ernsthaften überlegen, ob wir wirklich jetzt nochmal sagen, wir machen Quatsch. Wir machen, ähm, Dust. A new beginning. Block of the saddle, du. Ach, okay, alles klar. A new beginning. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo kommt denn das her? Quanten, Singularitäten. Genau, das wäre nämlich nochmal ganz toll. Wenn wir hier nämlich weitermachen könnten. Platinum, Zink, Zinn, Kupfer. Ich glaube, wir müssten tatsächlich... mit Tinkers Construct weitermachen, ne? Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dass wir wirklich einfach Tinkers dann... Ah, okay, hier wäre Tinkers Construct. Ähm, ich glaube, das macht Sinn tatsächlich bei Tinkers... Oder... Hä? 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 Ja, nee, vielleicht. Eisen. Okay, ähm, wir müssen das machen. Wir machen Eisen. Getting creative. Äh, wir gehen weiter mit Getting creative. Das ist einfach so. So, pass auf. Wer das lesen möchte, einmal Pause drücken. Ansonsten gehe ich hier vorwärts. Wir brauchen jetzt erstmal ein Waterbucket. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Ein bisschen Water. Danke, Water. Wir brauchen mal ein bisschen Water. Nachdem ich ja schon... Verstehe ich auch nicht, warum sich das Questbuch... ...oder das Programm... ...das nicht merkt, dass ich schon mal Wasser inne hatte. Ja. Ja, Atomic Alloy. Ja, da sind wir noch lange nicht. Okay, ist klar. Du kannst mal eben weg. Geh doch mal weg. So, dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen Kelp. Kelp grows on sand water, also on sand under water. It's recovered that you plant it, blah, 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 water does not, blah, 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 blah. You can replant Kelp. Wo kriegen wir Kelp her? Aus compressed Sand mit heavy Seaf. Oder aus Sand. Haben wir Kelp zufälligerweise auch schon hier rausbekommen? Wir haben doch mal hier irgendwo so ein paar Blümchen gehabt, ne? Aber wir haben keinen Kelp. Das heißt, wir müssen jetzt Sand. Sand. Staub? Nein, Sand. Vielleicht reicht es ja schon, wenn wir jetzt einfach sagen, wir sieben das Zeug. Ich weiß es nicht, ob das schon funktioniert, ob das geht. Dass wir da schon das rausbekommen, was wir brauchen. Weil dann könnte man wirklich sagen, man macht, man macht, man macht, man macht mal etwas Tolles. Warte mal, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Kabelstone. Das habe ich so umsonst weggeschrieben. Oder ist das da noch zufälligerweise? Oh ja, da ist es sogar noch. Dann können wir nämlich sagen, wir machen uns jetzt hier einfach mal in der Ecke. Warte mal, in der Ecke. Wir brauchen das Haus, ne? Das Haus ist da. Hier, wir sind jetzt quasi praktisch. Ja, eigentlich ist es ja egal, ne? Wir brauchen ja erstmal nur Kelp. Ich baue das hier mal ab. Wir brauchen ja so nicht viel, ne? Wir können ja hier mit Sand, können wir ja einfach mal weitermachen. Und haben auf dem Weg, hier, das ist mal eine Mist-Truhe, mal eine Quatschtruhe. Und dann können wir da nämlich den ganzen Quatsch mal reinpacken. 32 Sand. Wir müssen da eh noch aus dem Sand im Endeffekt nichts anderes machen als Staub, dass wir Singularitäten bauen können. So, dann würde ich, glaube ich, hier raus Glas brennen. Oh ja, das ist schön. Dann kannst du schön den Kelp zugucken, wie er wächst. Das ist schon mal sehr cool. So, pass mal auf. Und wenn wir nämlich sagen, wir haben hier jetzt vielleicht schon ein Kelp drin. Ein Kaktus. Wir haben hier schon ein Kelp drin. Nein, haben wir nicht. Flint Mesh. Jetzt ist die große Frage, wenn wir den Kelp... String, Flint. Okay. 1 zu 5. Einmal 5% Drop Chance. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben tatsächlich, so wie ich mich einschätze, nicht das große Los, dass wir hier relativ zügig Kelp rausbekommen. Aber dann kann ich jetzt zumindest sagen, ich brutzel schon mal ein bisschen Glas zusammen, sodass wir da unten einen schönen Glaskasten bauen. Wir können das schon mal vorbereiten. Und haben dann auf dem Wege im Endeffekt nichts anderes als ein Glaskasten, wo Kelp drin ist. Bambus sieht. Kokabeen. Das kann ja im Endeffekt, kann das ja auch alles weg. Wir brauchen eigentlich nur Kelp. Nichts Besonderes weiter können wir. Ich glaube, wenn ich jetzt selber nochmal beigehe und das auch selber noch besiege. Dann sollte es vielleicht auch noch ein bisschen schneller gehen, idealerweise. Vielleicht kriegen wir ja relativ zeitnah ein bisschen Kelp. So, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal klein an. Bevor wir jetzt hier irgendwelche Bänder machen oder sowas, weil die brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen später erst. Wir fangen erstmal an, ganz normal mit den kleinen Standardsachen, wie zum Beispiel dem Shaft. Der Shaft ist halt nicht schwer zu machen. Wir brauchen Endersite Alloy, wo ich die Hoffnung habe, dass wir die hier irgendwo rumfliegen haben. Die Endersite Alloys. Haben wir das? Haben wir? Da haben wir Endersite Alloy. Okay, das heißt, wir machen mal ein bisschen mehr. Zack, zwei Stück. Beziehungsweise 16 Stück, das passt. Die Quest ist erfüllt. Damit können wir schon mal umgehen. Gerald Crank, if you just want to test something. A Handcrank can be useful, can be a useful way of checking out the contribution. Have a descent supplier foot with you through cranking and can be hard work. Wie wird das gemacht? Endersite Alloy, wir brauchen Woodplinks und ein Shaft. Okay, das sollten wir, glaube ich, hinbekommen, ne? Wenn ich jetzt sage, Mama. Ah, gucke. Haben wir. Wie geht das? Das Schöne ist bei Create, wenn du mit der Maus drüber fährst und sagst W, dann siehst du, wie das Ganze funktioniert. Ah, okay. Und das kannst du dann entsprechend rotaten per Mausklick. Ja, nice. Sneak und dann geht es andersrum. Ah, okay, alles klar. Passt. Da kann ich mit um. Da kann ich voll mit um. Wusste ich gar nicht, dass es hier auch so eine Handkurbel gibt. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann brauchen wir erstmal Rotating. Was brauchen wir? Wir brauchen im Endeffekt die großen Wheels. Dann brauchen wir noch die Cockwheels, die relativ einfach sind, weil wir brauchen eigentlich nur so eine Handvoll Knöpfe. Nichts weder, womit man das mal so ganz nebenbei, zack, klein machen kann. So, dann haben wir das nämlich auch. Dann können wir sagen, wir machen hier mal. Machen wir nicht. So, einfach mal so acht von den Cockwheels. Dann brauchen wir von den großen Wheels das. Dann haben wir das nämlich auch alle schon. Damit bewegst du nämlich die ganze Crate-Geschichte und kannst die Steuern um, wie du hier auf dem Bild siehst im Endeffekt. Die Leute, die mein letztes Projekt mitverfolgt haben, die haben im Endeffekt schon mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Das Gleiche machen wir jetzt noch mit den Crafting-Gedöns. Das ist jetzt die Wassermühle, ne? Die Wassermühle. Und wir brauchen Woodplanks. Haben wir nie. Wir haben keine Woodplanks. Warum haben wir keine Woodplanks? 6, 8, müsste reichen, ne? Ja, wir haben Wasserwil. Ein Wasserwil. So, wir machen nochmal. Okay, und damit kannst du dann, wenn du Wasser drüber laufen lässt, hast du zumindest schon mal einen Antrieb. Das ist doch schon mal very nice. The more faces are powered on, wie auch immer. Klar, umso mehr, umso schneller dreht sich das ganze Thema. Aber das ist doch schon mal geil. Du kannst auch umdrehen. Facing the opposite way. There will not be effect. Okay. Also, wie in Wirklichkeit auch, man muss natürlich gucken, warum man dieses Wasserwil aufbaut. Halt, da wollte ich hin. Okay. Wasserwil. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein Waterwil bauen. Okay, steht das dann vielleicht auch frei? Ich weiß es nicht. Aber am effektivsten wäre es tatsächlich, wenn man das Ganze so placed, ne? So? Ich hätte gerne Glas. Das wäre ja schon irgendwie geil, ne? Wenn wir Glas hätten. Ich glaube, ich schmeiße da nochmal ein bisschen mehr Sand rein, dass wir das im Endeffekt besser sehen können. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie rum bauen wir das denn auf? Ich würde glaube ich sagen, wir machen das hier. Ha, jetzt muss ich es kaputt machen, ey. Scheibenglas, da kann man auch sniegen. Geht dann auch kaputt, ne? Also egal wie, es geht immer kaputt. Kann ich es denn? Ich kann es nicht zusammensetzen. Ich kann nur ein machen. Das heißt, einmal Glas ist jetzt quasi dahin. Ja, Mist. So? Warte mal, wie viel haben wir denn? Was hat er denn gesagt? Warte mal, Quest? Quest Buch. Okay, ein und dann ein nach oben. Zack. So, dann kannst du nämlich hier und hier. Und wir haben das Waterwheel. Ne, das ist doof. Das ist auch doof. Also, er will es wirklich so connecten? Ausschließlich? Hä? So, das ist glaube ich besser. Ich glaube, nein. Jetzt habe ich wieder zwei über. Oh Mann. Verdammt. So, dann machen wir hier nochmal Stein rein, damit das Ganze auch ein bisschen chick aussieht, ne? Oder? So würde ich jetzt mal behaupten. Dann können wir nämlich sagen, du machst so und es dreht sich. Yay! Ein Waterwheel dreht sich. Das heißt, wir haben hier Kontakt, wir haben da Kontakt, wir haben da Kontakt. Da ist jetzt nicht so wirklich wild. Aber wenn wir jetzt sagen, wir klatschen jetzt hier den Chef drauf, dann rotatet der schon mal. Das ist ja schon mal gier cool. So, wir haben einmal. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, mit Wickedim kann man das machen. Und wir brauchen einen Speedmater. Wenn wir diesen Speedmater haben, dann sieht er zumindest mal, wie schnell wir uns drehen. Okay, das heißt, ich lege mir das erst nochmal hier kurz in Schnellzugriff. Dazu braucht man Endeside Casing. Das müssen wir auch noch machen. Endeside Casing kriegen wir. Casing the Joint. Okay, das wird dieser Endeside Casing. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal dich. Haben wir vier Stück. Wir brauchen eins, zwei. Wir brauchen das. So. Und wir haben den Speedmonitor. Onkelpoppy has reached a goal in the site H. Wie viel brauchen wir? Zwei, weil du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Wir brauchen zwei Stück davon. Sag mir nicht, ich habe keine Uhr. Ich werde irre. Ah, okay. Da siehst du, wie schnell der sich dreht. Ah ja, nice. Und dann kannst du hier nämlich weitermachen. Hast hier unterm Strich die Möglichkeit, dann ein großes Wheel dran zu setzen. Und an dieses große Wheel kannst du zum Beispiel ein kleines Wheel, zack, bauen. Und dann machst du wieder ein großes Wheel und dementsprechend dreht er sie schneller oder langsamer. Das ist, ja, auch nochmal ganz fein. Was haben wir hier noch? Wir haben noch ein Stressometer. Dieser Stressometer ist im Endeffekt nichts anderes als den hier einmal reingesetzt. Und wir haben ein Stressometer. Das haben wir auch. So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch gesehen die beiden Räder wieder abbauen. Den Schäft nochmal abbauen. Und wir können sagen, wir haben hier gleichzeitig noch ein Stressometer. Und der zeigt dir an, wie überlastet das ganze System ist. Wenn er hier natürlich im gelben Bereich ist, dann sollte man darauf achten. Roter Bereich steht das ganze System einfach schlichtweg still. Und nichts geht mehr. So, das hätten wir auch. Hammer, 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 hammer. Und da brauchen wir hier oben jetzt im Endeffekt den Propellerkopf. Wir brauchen eine Nickelplatte. Nickel. Nickel Plate. Egal was. Nickel Plate. Dafür brauchen wir hier den Hammer und Nickel-Inget. Dann wollen wir auch mal schauen, ob wir das verarzten können. Was wir hier vielleicht schon mal haben. Nickel, Copper, Copper, Nickel. Okay, jetzt ist die große Frage, wo habe ich den Hammer? Hier. So, dann können wir nämlich sagen, wir machen hier zwei Platten. Vier brauchen wir. Okay, wir brauchen vier Platten. Dann gibt es hier nochmal zweimal Nickel mehr. Jawohl. So, haben wir vier Stück. Und dann geht es weiter mit dem Propeller-Kopf. Mit dem Propeller-Kopf. Und da können wir jetzt diese Nickel-Platten für verwenden. Und wir haben den Propeller-Kopf. Das ist schon mal sehr geil. Dann können wir nämlich hier weitermachen mit unserer Vrenich. Wenn wir die Vrenich haben, dafür brauchen wir nochmal... Gold will ich aber nicht. Wir brauchen nochmal Nickel. Nickel, Nickel, Copper, Aluminium, Silver. Ich muss erstmal wieder gucken, wo das Ganze gewesen ist. Nickel, Zink, Zinn, Silber, Nickel. Ich habe noch einen Nickel. Au. Okay, wie kam... Hüste, wie kamen wir an Nickel? Nickel beim Sieben durch Granit. Flint. Flint Mesh. Und dafür brauchen wir Granit. Crushed Granit. Crushed Granit. So, dann können wir nämlich das ganze Thema hier noch einmal schön zusammenpflastern. Haben. Polished. Ne, polished wollen wir nicht. Okay, das heißt, wir haben im Endeffekt wirklich nur diesen einen. So. Diesen einen Granitblock, den wir dann jetzt... Der hat immer noch nichts rausgehauen. Das verstehe ich nicht. Wieso sagt er mir, ich muss Sand sieben und dann kommt das raus und dann kommt es aber doch nicht rauf. Das verstehe ich nicht. Das will mir nicht in den Kopf rein. Absolut nicht. Irgendjemand eine Idee, wie das tatsächlich am besten Funkschonuckelt? Okay, das haben wir hier nicht allzu viel, ne? Hoppa. Nickel. Ja, Pech, ne? Bist kaputt gegangen. Hast dir wehgetan. Bist gestürzt. Okay. Okayse. Okayse, okayse. So, das heißt, wir machen diese sechs Dinger hier nochmal rein. In Sachen Vayne Miner hatte ich ja auch mal nachgefragt, wie das ausschaut. Es soll bei Feat the Beast irgendeine Option geben, wo das Ganze vielleicht funktioniert. Ja, nein, weiß ich nicht. Ich habe hier noch nicht geschaut, tatsächlich. Und denkt immer dran, nicht jedes Modpack ist gleich. Also es gibt auch Modpacks, die sind tatsächlich unterschiedlich. Das darf man niemals aus den Augen verlieren, Freunde. Das könnte tatsächlich nach hinten losgehen. Wenn ihr bei jedem Modpack sagt, hey, das geht so und so und nicht zwingend. Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also pass mal auf dich. Stellen wir mal hier hin. Du kommst auch da hin. Dich haben wir schon mal vorbereitet. Du bist da. Du bist da. Dann haben wir das Ganze mal so ein bisschen sorted. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier nochmal Granit, Granit, Granit. Okay, das heißt, wir können das hier auch nochmal buddeln. Schlagen das auch nochmal kurz und klein, um dann rauszufinden, ob wir vielleicht genug Granit haben. Ach so. Ach so machen wir das. Wir machen nochmal 16 normale Granites. Granites. Klopfen die auch nochmal. Wenn schon, denn schon. Halbe Sachen gibt es nicht. Und dann können wir nochmal sieben, um zu gucken, was wir da effektiv wirklich für rauskriegen. Und dann mal schauen, ob wir damit weiterkommen in unserem kleinen, aber feinen Projekt. Da sind halt solche Sachen, da habt ihr ja geschrieben, das wollt ihr gerne sehen. Also für die Leute, die neu auf diesen Kanal zugestoßen sind, per Zufall, per Video-Vorschlag oder, oder, oder. Die Community hat es für gut geheißen, dass ich hier jede Kleinigkeit zeige und möglichst wenig bis nicht cutte. Ähm, das ist so die Vorgabe. Und da halten wir uns natürlich auch dran. Können wir ja nüscht, ne? So, dann können wir das nämlich noch einmal durchbraiden. Ähm, genau. Da halten wir uns natürlich dran, weil euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Und dementsprechend sehe ich halt so, dass ich das Ganze mehr oder weniger auch einhalten kann, ne? Das ist ja so das Ziel. Wo ist denn der Hammer? Hä? Habe ich blind? Jetzt sag nicht, dass der Hammer kaputt gegangen ist. Mein Stuhl knatscht. Ich weiß. Aber ich will mir keinen neuen Stuhl kaufen. Oh, hier. Ähm, wir brauchen nochmal vier, vier Pläden. Vier, ne, drei brauchten wir nur, ne? Drei. Oh, cool. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Und den Rest können wir nämlich nochmal laufen lassen. Oh, das ist aber so cool. Guck mal, wir haben jetzt eine Wrench. Mit dieser Wrench kannst du nämlich ohne weiteres mit einem Einklicksystem die ganzen Sachen ganz gechillt, sneaken, zack, abgebaut, fertig. Oder, wenn du es gedreht haben willst, kannst du auch rechte Maustaste drauf machen. Und dann dreht er sich. Das ist so cool mit dieser Wrench. Ehrlich. Die ist so cool. So, und wir haben jetzt hier noch die gute alte Brille. Dafür brauchen wir auch wieder eine Platte. Dafür brauchen wir wieder eine Platte. Mit dieser Brille, wenn ich das dann an und an habe, dann siehst du hier quasi die Erläuterung zu diesem Produkt. Im Vorfeld. So muss man es ganz klar sagen. Ja, bist du jetzt hier schon so weit, dass du mir was präsenten kannst? Nee, kannst du nicht. Also er macht bisher wirklich nur Kleinvieh. Und Kleinvieh isst halt ganz einfach Bambus, Kaktus, Coca, Zuckerrohr, Sugarcane und Salz. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich, dass er hier jetzt nicht so mal eben das Zeug durchlötet und sagt, jo, doch, komm, da kriegen wir so was her. Das ist ein bisschen blöd. Dann würde ich sagen, wir haben ja schon so ein bisschen was erreicht heute. Ziel ist es natürlich, früher oder später das Eisen zu bekommen. Wir brauchen, wobei den können wir auch noch bauen, den Fan. Hey Fans. So, dann haben wir den Lüfter sozusagen nochmal. Können aus diesem Lüfter eine Gearbox machen. Also nicht aus dem Lüfter, aber wir brauchen die Gearbox. Die im Endeffekt auch gar nicht so billoteuer sind. Warte mal, Gearbox. Da haben wir die eine. Und wenn ich die jetzt hier ins Dings lege, ist sie gedreht, haben wir die andere. Okay, das haben wir auch. At this point you have everything you need to bulk wash gravel. Ah, okay, wir können gravel waschen und daraus kriegen wir dann ganz banal. Eisen? Das ist ja, das ist ja billo-billig. Das ist ja wirklich billo-billig. Wir haben eins, zwei, dann groß, dann wieder nach vorne. Okay, whatever it means. Okay, ein Hive-Slap würde reichen und dann kommt hier schon so ein Zeug raus. At this point you have everything you need to bulk wash gravel. Doing so will dissolve the gravel with a small chance of leaving behind flint and iron nuggets or something, whatever. Okay, step by step start by placing down your water wheel at a shaft onto an axle onto the axle on each side. Okay, you might need to move things around a bit so best to be parallel and so weiter and leave next gap. Okay, das heißt, ich werde jetzt hier erstmal ein weiteres Stückchen Glas kaputt machen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall ein großes und wir brauchen ein kleines Wheel. So, damit wir ein bisschen auf Speed kommen. Das ist nämlich jetzt so die ganze Grundidee, die wir dahinter haben. Pass auf, ich mache das mal anders. Ich baue mal was auf und erkläre das in der nächsten Folge. Dann kann ich da ein bisschen in Ruhe rumbasteln. Habe jetzt nicht den Druck, dass ich das hier noch in irgendwelchen Minuten noch schaffen muss und so weiter. Ich baue das auf. Wir schauen uns das Ganze in der nächsten Folge an. Ich erkläre ein bisschen was dazu und dann sehen wir, wie wir hoffentlich Eisen bekommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Bewertet den Partner natürlich. Vergesst das Abonnieren nicht. und in der nächsten Folge mehr zu diesem Projekt. Bis dahin. Tschüss, tschüss.